Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Steigende Mietpreise und der Mangel an Sozialwohnungen gefährden schon länger das gesellschaftliche Klima in Deutschland. Während einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum suchen, kaufen Immobilienkonzerne ganze Straßenzüge und verbreiten Angst und Schrecken. Und wissen Sie, was das Schärfste dabei ist? Sie zahlen dafür im Gegensatz zur Otto-Normalbürgerin oft keinen einzigen Cent Grunderwerbsteuer. Und ich sage Ihnen, das ist ein No-Go und das werden wir nicht länger dulden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um die sogenannten Share-Deals. Anstatt wie Familien bei einem Hauskauf das Rechtmäßige an Steuern zu bezahlen, die Grunderwerbsteuer zu zahlen, kaufen große Kapitalgesellschaften eben häufig nur Anteile von Gesellschaften, die diese Grundstücke halten. Und so kann auch diese Steuerebenen umgangen werden, während andere lächen müssen. Und das geht nicht. Das ist ein Gerechtigkeitsproblem, das wir beheben müssen. Und deshalb haben wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt, diese Ungerechtigkeit wirksam zu beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Gesetzentwurf erschwert die Steuervermeidung mittels Share-Deals deutlich. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass der Gesetzentwurf auf einem Vorschlag der Länder beruht. 16 zu 0 haben die Länder vorgeschlagen, was wir jetzt hier auf Bundesebene übernehmen. Allerdings ist die Herabsenkung der Anteilsgrenze auf nur 90 Prozent nicht unumstritten. Das muss man auch so sagen. Das ist auch bei uns umstritten. Und meine Fraktion wird sich in der parlamentarischen Beratung für eine deutlich wirksamere und effizientere Regelung einsetzen. Da können Sie sich sicher sein. Und Herr Tonka, Sie haben erwähnt, wir würden uns gar nicht dem Problem annehmen, die Grunderwerbsteuerlast grundsätzlich abzusenken. Da frage ich mich, warum die Regierung in Nordrhein-Westfalen? Sie wissen ja, die Absenkung ist eine Ländersache. Seit zwei Jahren das nicht umsetzt und die Grunderwerbsteuer den Satz dort absenkt, um alle Menschen zu entlasten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus den Share-Deals konnte schon viel zu lange Profit geschlagen werden. Mittlerweile wird von diesem Konzept nicht nur beim Kauf größerer Immobilienportfolios Gebrauch gemacht, sondern auch zunehmend kleinere Transaktionen sind zu beobachten. Und somit entstehen natürlich bei den Ländern Steuermindereinnahmen. Und ich sage Ihnen, dieses Geld können wir anderswo sehr gut gebrauchen. Einen Punkt möchte ich allerdings noch einmal deutlich machen. Es geht hier nicht darum, weil hier die Börsenklausel auch angesprochen wurde, das ist die erste Lesung dieses Gesetzes, und wir werden das in den Beratungen auch intensiv diskutieren. Es geht hier nicht darum, Unternehmen zu bestrafen, sondern es geht hier darum, illegale Steuerumgehungsmöglichkeiten zu schließen. Und das werden wir intensivst auch mit dem Bundesfinanzministerium diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Share-Deals sind ein Steuerschlupfloch für reiche Investoren und ausländische Immobilienfonds. Share-Deals sind ein Beispiel für das unsolidarische Handeln großer Immobiliengesellschaften. Sie sind mittlerweile keine Randerscheinungen mehr. Sie sind eine Bedrohung für die soziale Gerechtigkeit in diesem Land. Und deshalb können und werden wir nicht weiterhin tatenlos zusehen. Wenn die Mitte unserer Gesellschaft fair und gerechte Steuern zahlt, kann es nicht sein, dass Immobilienfonds den Wohnungsmarkt leer kaufen und dabei auch noch die Steuern umgehen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, das ist zu Ende. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ja, ich mache das jetzt immer so. Nächster Redner, Sebastian Brehm für die CDU.